Ja, ich gebe zu, ich liebe es Mein plausliches Fitness Shit ist es für mich der Feinest Jeder weiß, dass es fein ist Weil es einfach geil ist Girl, du bist zufällig, du geil bist Ich bin kein Ego, ich teile das Meine Leute sagst, ich will dir doch kein Style Abide ist es besonders geil Nein, ich will nicht dein Geldbeutel Ich will, dass du mit dir beutelst Komm, ich mach meine Winschewa Baby, nenn mich, Paul, no stuff Für so Sachen will ich immer da Girl, you know I Girl, you know I Girl, you know I I've been feeling Wiggen, been a late night Been dreaming I thought you loved me Girl, you know I Girl, you know I Don't need candles, okay Don't need nobody to make me Birthday sex Birthday sex Birthday sex Birthday sex Birthday sex Hey, ihr seid jetzt nicht entsetzt, ganz Männer geht's um der B-Day-Sex Besser als in Versöhnungsex Ja, ich weiß, euch gefällt der Text Ich spreche hier aus euer Sinn Ich wünsche, könntet mich erzählen Ich fühl mich wie ein Süchtiger Im Bett bin ich wie ein Tiger Wenn nicht schlimmer, ich bin der Krieger Immer wieder diese Lieder Ich bin die ganz freunde Mitglieder Das klingt einfach positiver Und es macht Bounce 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 You know I Girl, you know I I've been feeling When I'm in a late night I'm feeling Girl, you know I Girl, you know I We can only We don't need nobody to make me Birthday sex Birthday sex Birthday sex Birthday sex Birthday sex Birthday sex You know I Can't be Birthday sex Bounce Bounce Dann sind wir im Studio The Message Die haben den Dennis Und wir nehmen den ersten Track den ersten Track den wir im Studio The Message schon geniebt Also den Dennis zeigt sich sehr sehr talentiert Er hat es drauf Also die Stimme finde ich sehr interessant Also die Art wie er es überall bringt Und Ich denke Er hat es einfach drauf Können wir uns das schon mal vorstellen So den ersten Dank Ich bin der Ich bin der Lucius MC A.K.A. Black G A.K.A. D.P. Pusserilla Und da in ihm ist sehr kaltes Lied Also ich werde die Medien rufen Weil So nicht die Ahnung als sie das Mixing von mir raus Aber Unter den Namen von den Rufdegers Und Es werden dann auch Kollegen von mir auch noch mit Rappern Zum Beispiel Billy Ba The Fitch Leonita Und noch viele Andere Künstler Und dann die Herzen Rüretari Wir machen dann auch wieder mit den Rufdegern Das ist D.J. Das ist D.J.